Alarm, Entertruppen unterwegs. Wie läuft's bei euch, Malta? Bereithalten. Die sind eingeklinkt. Gut zielen und auf Gegenfeuer achten. Die sind in Standardformation. Die kleinen Bastarde vorn, die großen hinten. Viel Glück, Cairo. Feuer auf dieses Schott. Sobald diese Tür aufgeht, zeigt Sine. Sehen Sie das, Marines? Hör ja, T-10! Sehen Sie! Granat unter sich! Gute Arbeit! Granate unter sich! Ich komme fast um vor Schmerzen! Die Biester sind irgendwo in der Nähe! Los geht's! Die Biester sind irgendwo in der Nähe! Die Biester sind irgendwo in der Nähe! Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Klug, Scheißer! Anfalle! Vorsicht, auch frei! Anfalle! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knüpfen Sie sich der zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Drückerfeld der Malte in Richtung Ehre durchbrochen. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Drückerfeld der Malte in Richtung Ehre durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss in Ihren Kopf. Jetzt.